Hallo Leute und herzliche Willkommen zu einem neuen Smile Video. Diesmal spielen wir Hibo mit seinem neuen Toxic Tideskin. Ich hatte erst überlegt, ob ich den Amazonaskin spielen möchte. Habe ich dagegen entschieden, weil ich dachte, nee, das zerstört unser Video, wenn man durchgehend fährt. Es wäre schon lustig gewesen, aber ich glaube nicht, dass da viele Leute Bock drauf gehabt hatten. Oder hätten. Es wurde sich gewünscht, Hibo spielt das schon über einen Monat. Es tut mir leid. Ich bin gestern mal in meine Kommentare gegangen, habe das gesehen und dachte mir, okay, gut, Hibo wird sich gewünscht spielen mit Hibo. Spielen in der Mitte. Ich hatte erst keinen Bock auf Hibo Jungle. Das Ganze mit... Hibo ist von sich ein sehr lustiger Charakter. Mal schauen, wie gut ich mit dem Spielen werde. Warte, gegen wen muss ich spielen? Ich muss gegen... Nuva oder Olorun. Uff. Wenn ich trotzdem gleich beatzen mit. Ja, das ist eine gute Idee. Mit Special Emote? Ja, aber ich habe über den Tanz. Hallo. So, okay, ich überleg, ob ich meine 3 oder meine 1 zuerst gehen. Was ist die beste Idee? Ich glaube, ich gehe meine 3 zuerst. Wolltet er drüben? Hallo. Ich hoffe, ich kann tanzen. Hahaha. Yay. Es wird okay. 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 Es wird dann hoffentlich. Und das. So. Ein bisschen Schaden. Dankeschön. So. Okay. Oh wow. Ich habe vergessen. Das war dumm. Ich habe es auf Instant Cast. Ich habe es auf Instant Cast. Es ist halt doof. Ich muss auch Quick Cast machen. Hier Loki ist hier. Okay. Also, ich möchte mich angreifen. Es war close. Darf ich auf Instant Cast? Ich glaube, ich habe es wirklich auf Instant Cast. Äh. Mich kurz verändern. Äh. Ne. Ich habe doch auch Quick Cast. Aber egal. Dass ich zwar auf Instant Cast habe. Ist okay. Und das kurz. Nerf mir ein bisschen. Ich habe Hebo sehr lange nicht mehr gespielt. Hier. Hebo ist. Erneuung AF. Oh. Das ist ein Problem. Oh. Doch nicht. Ich muss mir. Mana Pots ranhauen. Oh. Der Schaden. Und so. Also. Hier war es sehr schön Schaden. Hehehe. Oh. Ich habe keinen Bock auf einen gefielerten Ravanna. Würde ich nicht. Ich mag Ravanna. Würde ich nicht. Oh. Wann geht der? So. Und das schnell. Wo ist er hin? Ich werde jetzt. Äh. Was machen wir jetzt? Oh. Okay. Ja. Gut. Dann bleibe ich in der Mitte. Ähm. Wo ist der Loki? Wow. Das war gut. Von dir. Die Nuva ist schon mal Pro. Wie es aussieht. Gut für mich. Oh. Das war gut von dir. Was machen wir jetzt? Zwei. Oh. Oh. Äh. Äh. So. Äh. Äh. Wow. Ähm. Äh. 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 Wie ist das jetzt drei Kids? Äh. Nein. Äh. 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 Jo it's 딱 drauf. Ach du Scheiße. Oh neeeen. Wieso? Wieso war Pro Zudrit in der Mitte? WTF sollte das? Nein. Nein. Fass noch da? Fass noch da. Okay. Sehr schön. Uh. Dankeschön. Oh nein. Oh Gott. Das wird jetzt richtig hart scheiße. Ich hab gar keinen Bock darauf, wirklich nicht. Ich hab da wirklich gar keinen Bock drauf. Verständlicherweise. Kann er Wortsetzen oder so? Hat er hinten schon. Okay. Oh Mann. Ich muss grad einfach nur farmen. Das Wichtigste. Bist du noch da wahrscheinlich nicht, oder? Na, okay. Doch, das ist sehr schön. Okay, ich muss irgendwo mein Farm herbekommen. Wir könnten. Oder das könnten wir cool machen. Die wird nicht mehr leben. Awesome. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich muss mit dir gehen. Sie macht's nicht doof. Mein Tower hat, bekommt sehr viel Schaden. Ähm, ich bleib kein Mannheim mehr. Das heißt, ich kann nicht viel machen. Mein Logik ist in Tower gestorben. Okay, Solo tut mir leid. Der Laufgret nicht. Hi. Mein Plan ist gerade erst mal. Autsch. Bisschen Tramander zu spielen gegen sie. Sie ist eh drüben. Sie ist eh drüben. Ich glaube, ich werde noch kurz hier. Ich brauche, ich brauche das Geld. Das macht keinen Sinn, jetzt weg zu gehen. Ähm. Ich will einfach nur farm. Durch eine gute Idee. So, sie ist sehr low. Sie hat, das heißt, sie hat, sie hat gerade den Dämpfrag leider gemacht. Dämpfrag spawnt jetzt auch. Ha, angenehm. Sehr, sehr angenehm. Ich habe jetzt auch gleich genug Geld für das Item. Oh, Leute, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Auf. Kann er bitte verteidigen? Äh. Okay, sie ultert. Er hat überlebt, sehr schön. Er ist tot, nicht sehr schön. Äh. Okay, 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 okay. Wir müssen was machen, okay, bei Odin. Das ist ganz schön Kacke für ihn. Ja, jetzt habe ich... Es kann blöd enden. Ich würde hier aber gerne gewinnen, weil das ist ein cooles Team. Wir haben, also, in der Lobby haben wir sehr nett geschrieben. Vielleicht nicht, ob ich gerade irgendwelche Schritte gehört habe. Ja, ich habe selbst Schritte gehört. Also, ich weiß nicht, ob es ihre waren, aber ich habe in jeden Fall Schritte gehört. So. Okay, 9, die siehst du noch da. Ich hätte es mal noch... Das heißt, fighten wäre möglich. Schade. Ausgewichen. Oh, okay. Awesome. Sehr, sehr schön. Oh, was? Äh? Mh, noo. Wisse? Nein, 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 nein. Ah, F10. Pause ist gut. Können wir machen. Äh. Ich glaube, dann sehen wir uns nach der Pause wieder. Das ist eine gute Idee. Weil jetzt die Pause mit reinzunehmen wäre ein bisschen blöd. Ähm. Ja. Bis gleich. Okay, scheinbar kommt Dunstan noch nicht wieder. Was ein bisschen hart, doll blöd ist. Ich würde ihn gerne wieder da haben. Wenn wir uns zusammen kriegen könnten, wäre es doch perfekt. Awesome. Sehr, sehr schön. Klien wir noch kurz die Landerin geben, wir bitte wieder. Oh. Die wollen fighten. Oh, warte, ne. Wir können angreifen. Und dann, okay, ja, gut. Das ist zu schlecht. Egal. Passiert. Oh, warte, ich hätte ich. Ultimate ist down. Ich weiß nicht, ob wir rein gehen sollten. Oh, Gott, ich habe überlebt. Also. Ich gehe weg. Ich weiß nicht, wie ich überlebt. Aber ich habe überlebt. Indem ich nichts getroffen hat und einfach den Tauchen gekehlt hat. Das war jetzt wundervoll. Das Gute ist, wir haben schon trotzdem eine Chance. Auch ohne Dunstan, Bro. Ich wundere mich nur, dass er weg ist. Hat er irgendwie, also. Weil Dunstan war eigentlich wirklich sehr nice. Weil er war nett und so. Glaub mir nicht, dass er irgendwie gewagequittet ist. Weil gestorben ist er. Nein, das ist mal. Und steht 3-1. Also halt eigentlich wirklich gut, dass der jetzt. Es war wirklich wirklich blöd, wenn er einfach so auf Kargen gehen. Ich hoffe, wenn wir es am Ende entdeckt oder so, dass er vielleicht wiederkommt. Wäre wirklich sehr schön, weil ich will ihn wiederhaben. Logischerweise. Mein Tower ist halt auch bald weg. Wie es aussieht. Was auch weniger gut ist. Odin sollte rennen. Er hat zu Odin. Er sollte einfach rausrennen. Was soll das? Oh, Leute. Hört bitte auf, mich anzugreifen. Schaden durch... Leute! Aufhören! Ich lebe noch. Hm, bei einem Klingkorn ist crazy. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die werden greedy. Die werden richtig hart greedy. Das ist deren Problem. Puh. Ähm. Scheinbar. Ähm. Ja. Ist zu teuer gerade. Für Wards mit. Wards sind immer nice. Jetzt gehen meine drei weiter. Perfekt. Oh, sehr schön. Don't get to... Wer ist wirklich blöd, wenn wir zu greedy werden? Weil es eigentlich... Wir haben halt gutes... Könnte gut laufen. Könnte wirklich gut laufen. Das ist doch strange. Ähm. Ich muss bitte verteidigen. Ähm. Der Tower ist weg. Der Tower ist weg. Verdammt! Hm. Verdammt. Ich hab meine Ult. Wir könnten sie killen. Äh, wir können... Okay. Oh, nee. On my way. Hm. Das war... Sehr schön. Okay. Awesome. Oh, oh, hier. Verdammt. Nein! Es tut mir leid. Es tut mir leid für ihn. Sorry. Dude. Ich muss jetzt wirklich weit weg... weit wegbleiben, weil ich einfach fast instant gestorben wäre, hätte ich irgendetwas getroffen. Ähm. Kaufe mir Ant... Kaufe mir Ante hier. Und... Ey, das macht euch die meisten. Also, Blink wäre vielleicht mündlich gewesen, aber ich... Ne, 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 ne. Blink würde hier nix. Ich will jetzt nicht zu crazy spielen. Mhm. Okay, Zucki, umgefallen wir hinten schon wieder. Das, glaube ich, ne... Ich weiß nicht, ob so die beste Idee ist. Ja, jetzt hoch. Retreat! 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 Das ist ein Problem. Okay. Mhm. Wo genau ist sie? Also, irgendwo hier ist sie ja noch. Okay. Und das Ganze einfach schnell. Hm. Okay, da hinten. Also, wenn sie da bleiben sollte, kommen wir sie kennen. Okay. Leute, stop it! Alter! Ich würde... Na, ich... Wie toll ist das nicht, was ich haben möchte? Ich will dich haben. Das heißt, sieben... Ähm... Bin raus hier. Ähm... Also, das ist okay. Oh Gott! Ja, jetzt ist die Bärz. Die... Verdammt. Die rausbleiben sollen ich aber viel zu low. Oh nein, das ist blöd gelaufen. Das ist blöd gelaufen. Nee, geh einfach. Wenn man dann so farmen kann... Da kann man talken. Just push and... Er kann talken. Aber ich glaube, er sollte backgehen. Ähm... Könnte blöd für ihn ausgehen. Ja, genau das sind alle. Er hat weggeultet. Vielleicht können wir ihn killen. Also, wir können wir ihn killen. Wir können... Attack! Ja, unser Schaden ist hoch genug. Okay, ich kann ihn noch nix mehr sehen. Oh, da hinten ist er. Awesome. Mit dir noch keinen, können wir jetzt ja perfekt. Ist er hier irgendwo? Nö. I don't know. Egal. Life gut genug für uns. Also, danke für die Person, die mir hier vorgeschlagen hat. Das war wirklich gut. Wir können bitte auch nicht angreifen. Wieso nicht? Die Tauers steht eh schon viel zu lange hier. Und Tauers finde ich manchmal aber wirklich wichtiger als Kates. Ich würde euch gehen. Ich würde sehr gerne backgehen. Puh, das ist perfekt hier. Sehr schön. Ähm, gehen wir back, kaufen wir Wards. Sehr schön. Ohne Witz, so gefällt mir noch. So gefällt mir noch. So, schöne Runde. Ich bekomme Kills, ich mache Schaden. Das läuft sehr nice. By the way, ich weiß nicht, wie ich den Skin finde. Ich finde halt, ich finde das recht langweilig. Nichts crazy ist. Stimme ist ein bisschen anstrengend. Oh, that's too bad. Oh, okay. Doch nicht. Dankeschön. Jetzt mal nur Ult, wie das heißt. Ich könnte hier ein Triple Kim machen oder so. Ich könnte ein Triple Kim machen oder so. Wie die Gegner noch hier sind. Weil mein Schaden ist sehr hoch. Oh, willst du was machen? Sehr süß. Dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Sehr schön. Oh, fuck. Das ist ein Problem. Oh, fuck. Lukas ist hinter mir. So. Ich habe Angst. Oh, dann ist er. Okay. Die werden surrendern. Perfekt. 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 Perfekt, Alter. Das läuft wundervoll. Nimm dich noch mit. Mein Schaden ist so schön hoch. Die Stimme ist schon... Die Stimme... Es kann ein Nervchen, aber es ist schon eine geile Stimme. Yes. Lol. Sehr interessant, Loki. Sehr interessant. Sehr interessant. Ähm, ich glaube, ich mache mich auf den Weg rüber. Das ist ja... Die Godfrey ist um einiges stärker geworden als früher. Also, schon lange natürlich, aber... fällt mir immer, immer wieder so auf. Früher war es nicht so einfach zu kehlen. Jeder konnte sie easy solon. Es ist ein bisschen schwerer. Es ist ein bisschen doll schwerer. Dankeschön. Mein Holt ist ready. Das heißt, ich kann sehr viel Schaden machen. Gott. Ah, hier war es schon... Hier war es schon das hier. Kackt her. 500 Schaden. Angenehm. Ja, sie ist tot. Schade. Autsch. Ja, gut. Darf man es nicht zu gewillt zu werden? Oh, Loki ist da. Oh, ähm... Der war fast da. Immer den war schnell mit. So einen Schadenbrief brauche ich doch gerne. Wo sind die denn? Och, Mano. Na, das ist blöd. Da ist er fast, Toron. Awesome. Perfekt. Der Schaden war dumm. Wie ist das hier gemacht? 1000, 500 mit dem Teil. Alter. Schmerzhaft. So. Ähm, vielleicht keine Ult mehr. Oh, das sieht angenehm aus. Und bist du down? Ich muss mich kurz ein bisschen weghalten. Da ist was drauf. Fight dann, lass mich bitte in Ruhe. Ich habe keine Ult. Ähm. Was halt ein bisschen blöd ist. Angenehm. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Ne, lass es bitte. Leute, ihr sterbt in dem Teil. Was? Ist das unser Ende? Wir schaffen das doch nicht ohne mich. Ist zu bad. Gott, war das dumm. Gott, war das dumm. Geht einfach. Wohli, lass mal bitte. Ich möchte den Loki killen. Wir müssen Mitte verteidigen. Ist das okay? Ist das blöd? Ist das blöd? Aber der Ultimo macht es klug. Er hat die Möglichkeit, das zu machen. Die Möglichkeit zu pushen. Er pushen, natürlich. Oh, leu. Muss doch feuchtig sein. Das ist ein Problem. Nein. Awesome. Gott, war das Kloß. Oh, mein Schaden ist so nervig. Aber gut, es sind zwei Leute, die recht tanky sind. Und da irgendwie mal durchzugehen. Ich muss halt irgendwas machen. Er hat 30% Klo-Daktion. Nehme ich doch gerne mit. Warte, kann ich den Buff nehmen? Ich würde den Buff nehmen, weil ihr den nicht bekommt. Er würde den nicht bekommen. Daher, äh. Oh, ein hübschen kleinen Loki zu gehen. Er wäre auch gesund. Ich hätte meine Ult. Die Gegner sind einfach nur schwache Gegner. Das heißt, ich könnte... Hi, Loki. Greif ich mich an? Da ist das, ey. Nein! Oh, fuck. Das war dumm. Okay. Das war kacke. Ich treffe halt gar nichts. Leute, entschuldige. Ich treffe halt gar nichts. Ähm. Das ist ein Problem. Ich muss irgendwie rankommen, weil ich gehe durch den Tower. Äh. Oh, man. Autsch. Loki ist hinter mir. Oh, wie ist das da? Ey, das ist interessant. Nee, nee. Die kommt nicht weg. Okay, wir sind in den Tower. Ich habe sie jetzt zum Glück. Eh wieder, aber trotzdem. Da ich die nicht getroffen habe, war kacke. Ich habe, also ich weiß nicht, wieso sie nicht... Habe ich sie auf... Ich habe sie auf Quickcast. Keine Ahnung. Ähm. Ja, ich hätte mal nulls. Hm. Muss ich nicht weiter tanken. Perfekt. Können sie jetzt back gehen, oder? Wieso bist du so schnell? Hör dich ganzen mit. Oh nein. Das ist ein Problem. Wenn ich da nicht getroffen habe, ist das enttäuscht mich. Oh, Brody. Lass mal bitte. Ähm. Angenehm. Das krasse wäre, eine Old-Own-Ult können uns wohl nicht fertig machen. Gut, dass Old-Own einfach keinem wohl ist. Also hätte der, also hätte Old-Own uns auch geultet. Hätte so böse ausgehen können. Hm. Weil Old-Own einfach, also die Ult ist so stark. Der, der hätte, der hätte einfach unser ganzes Team lahmlegen können. Aber ich hätte so viel Glück mit meiner Ult. Weil ich die dann durchbekommen habe, also hätte Loki mich richtig urten können. Und ich hätte, äh, hätte ich den zweiten, schau, ähm, wäre ich gesandt gewesen, richtig. Uh, das wäre nicht gut gewesen. Old-Own ist drüben. Wie ist Old-Own drüben? Das ist strange. Wir können an sich einen Fight-Junt machen, wenn wir wollten. Aber, ne, ihr kennt's das. Weil wir wollten, können wir einen Fight-Junt machen. Ich weiß nicht, ob es die beste Idee ist. Hm. Ähm. Die Pension Level 20. Wie toll sind die über Punish-Ford-Sachen? Ähm. Ich weiß. Ähm. Da bin ich nicht, ob ich das haben möchte. Ich habe natürlich Lifestyle, aber... Und das schnell. Ich habe es schon gesehen, man darf nicht mehr fliegt. Ich gehe schnell rüber und hole mir den. Und so, weil der verstärkte Dänisch-Pops heißt, äh, extra viel Schaden. Was bekomme ich, also 5% auf die Maximum Health? Uff. Könnte nervig werden. Aber ich glaube, ich nehme es mal mit. Wieso nicht? Mein Schaden ist eh schon, äh, mein Schaden ist hoch und ich, äh, noch höher machen, wäre es schon schön. Fire. I don't know. So, okay, er ist da hinten, aus irgendwelchen Gründen? Uh, uh, sie möchte mich haben. Uh, Nuva, komm mal her, Kleiner. Guck mal, ich weiß, du es möchtest. Bin ich doof? Ich bin doof, ich muss raus, ja. Oh, nein, jetzt wissen sie wohl, ja, jetzt wissen sie alle wohl, wo sie sind. Ähm. Also, wir müssen ihn bekommen. Okay, wir haben ihn bekommen, das schon. Ich bin auf dem Weg. Vielleicht da nichts, was ich aufholen kann. Ja, das ist ein blöde Ult. Äh. Okay, let's go rein. Oh, krass. Da hinten, wow. Hm. Was hier wäre? Oh, hi. Tschüssi. Wir scheinen war es 1200, ja gut. Wo ist Loki? Nicht mit den 1000, wie es aussieht. Er ist da hinten. Dabei wäre es da smart, würde einer von den unterhalb bleiben. Einfach schon wegen dem Buff. So, und das Ganze hier schnell. Ey. Angenehm. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ha. Sehr coole Runde. Sehr, sehr coole Runde. Also, selbst mit dem, also, selbst mit dem, also, selbst mit dem Afkala-Type war es so perfekt, eigentlich. Also, ich will mal meinen Schaden am Ende sehen. Der Schaden war schon sehr böse. Das Gute ist, die Nuva war einfach nicht gut. Das heißt, sie hat es nicht gut ausgenutzt. So, diesen Vorteil. Ähm. FK, war ja FK. Weiß gar nicht. Loki. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt werden sie anstrengend. Ähm. Und, wie ich schon gespielt habe. Nö. Okay. One, one, three, Ben. War ja FK. Ich habe nichts mitbekommen. Egal, wie viel Schaden hat ich jetzt nochmal gemacht. 31.000 Schaden. Okay, die A, wie gut, wie, wie sieht es dir aus? Ja, das ist gut. Okay, von 17. Eins, elf, eins. What the fuck? Hat so viele Gates bekommen. Hätte ich aber auch gemacht, glaube ich. Ähm. Ähm. Na, okay, leider. Gut, falls ihr euch gewünscht habt, welchen Gott ich jetzt nächstes Spiel soll, gerne einen Kommentar schreiben. Ansonsten lasst ihr ein Liked, abonniert, falls ihr noch getan habt. Jo, passt euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.